Ist das Wahnsinn? Hallo Köln! Geht's euch noch gut? Wahnsinn, nach so vielen Touren, die wir mit der Turbatour hatten, sind wir endlich auch mal wieder hier in Köln, wo wir gestartet haben. Es ist wieder so schön, hier zu sein. Hey, die Stadt hat ja was Schönes auf sich. Viele von anderen Städten sind aber auch wieder hier, unsere tollen Fans. Viele bekannte Gesichter, oder? Jess, ne? Ich helfe Ihnen. Ne Jess? Hallo, ja, 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 du hast recht. Mein Schuh ist auf, deswegen muss ich mal schnell eben zumachen. Ah, danke, das hat man. Mad manch, mad man, mad man. Nein, ja, ja. Also ich glaube, Köln braucht mir, glaube ich, definitiv nicht zu erklären, wie wir auf den Namen Niamatami gekommen sind, oder? Ne, eigentlich, also es sind so viele bekannte Gesichter hier, das wissen die, glaube ich, schon alle. Wissen wir, wie wir auf den Namen Niamatami gekommen sind? Ja, ich glaube, das war eindeutig. Nur nochmal eben ganz schnelles Info auch für die Eltern, die jetzt noch nicht wussten. Ja, Mad! Ja! Der Samo Miriam Mad! Aber mal eine andere Aufstellung, und zwar Jazz, das sind die ersten beiden Buchstaben. Dann kommt der liebe Mad, dann komme ich, und dann kommt der liebe Miriam. Und zusammen sind wir? Ja! Jetzt für euch! Dance on the Moon!